Und ich darf weiterhin begrüße Michael Huthag von Erdbrilz, Radar Hosenmeier von Hosenmeier im Hof Finanzservice, Alfred Töne von Kurz und Leer und Christoph Hepplitz-Müller von Planbauer. Hepplitz-Müller, vielen Dank für eure Unterstützung. Auf der Matte geht es nun in den letzten Kampf vor der Pause. 66 Kilogramm, freier Stil für den HSV Mainz 88, die Allzweckwaffe aufgerippt in die 66 Kilogramm-Klasse in dieser Saison, Ilija Schiffey und für den SV Allemannia Nackenheim, der amtierende deutsche Meister und Trainingsweltmeister sowieso, Viktor Litzen. Und auch hier geht es direkt offensiv los. Der Kampfrichter entscheidet auf eine Verwarnung gegen Viktor Litzen aufgrund von Mattenflucht und auf einem Punkt, der an Ilija Schiffey geht. Und es gibt die erste Meinung gegen Viktor Litzen aufgrund von Hosenlitzen. Musik 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 Und das zweite Spiel gegen Viktor Litzen. Er bekommt die Aktivitätszeitaufwende 30 Sekunden Zeit für ihn, eine Erwertung zu erzielen. Musik Applaus Auch ein Investor hier in der Gewichtsklasse mit 66 Kilogramm. Elie Schiffer geht mit 2 zu 0 in Führung, liebe Zuschauer. Hier sehen wir ein ganz interessantes Serienverhalten von Elie Schiffer, der sehr viel mit der Armklammer arbeitet, da Viktor Litzen ein klarer Freistieler ist. Und es gibt mir Gelegenheit, weitere langjährige Partner und Sponsoren zu begrüßen. Uwe Haas ist da, von Sanitär Uwe Haas herzlich willkommen. Ebenso darf ich herzlich begrüßen auf Heiko Bastian, Heiko Bastian mit Frau, auf Heiko Dixer-Beckenhof, den Pintzimmermann. Herzlich willkommen und danke für die Unterstützung. Und auf der Matte geht es weiter mit Runde 2, Elie Schiffer führt mit 2 zu 0. Liebe Zuschauer, unterstützen Sie, liebe Sportler, auf geht's. Und auf der Matte geht es weiter mit Runde 2, Elie Schiffer. Ebenso darf ich in Runde 2 eraubern. Über importantly, Jürgen 1, Elie Schiffer! Hört, hört und machten Sie! Jetzt Latinx haben wir schon die einziges trialieren. Und letztens hat Pierre die kurze Verrührung. Es geht 6 zu 0 für Elie Schiffer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020